Während einer Vorstellung im Münchner Nationaltheater ist der Dirigent Stefan Soltes plötzlich zusammengebrochen. Der 73-Jährige konnte nicht mehr gerettet werden. München, der Dirigent Stefan Soltes, ist während einer Vorstellung im Münchner Nationaltheater zusammengebrochen und anschließend gestorben. Mit Entsetzen und großer Trauer gebe die Bayerische Staatsoper den Tod des 73-Jährigen bekannt, teilte ein Sprecher mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am Freitagabend, während Soltes die komische Oper, die schweigsame Frau, dirigierte. Die Nachricht über den Zusammenbruch und das Ableben von Stefan Soltes macht mich zutiefst traurig, sagte Intendant Serge Dorni dem Sprecher zufolge. Wir verlieren einen begnadeten Dirigenten. Ich verliere einen guten Freund. Meine Gedanken sind bei seiner Frau Michaela. Der in Ungarn geborene Soltes studierte den Angaben zufolge Dirigieren, Komposition und Klavier an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien.